Kollegen aus der Branche, würdest du den Anlass empfehlen? Ja, absolut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele Leute da sind. Ich weiss gar nicht so richtig, was ich erwartet habe, aber meine Erwartungen wurden weit übertroffen, als ich hier angekommen bin. Es ist halt schon schön, so viele Gastronomen auf einem Haufen. Es ist schön. Ich glaube, das werden wir im Anschluss merken, aber es ist schon ein grosser Buss, allein schon, dass wir nominiert waren. Das ist für uns schon eine riesige Freude gewesen. Wir können es durchaus weiter empfehlen. Absolut, absolut. Das ist eine Herausforderung und ich hoffe, dass dieser Preis eben auch für meine Kollegen eine Herausforderung ist, um besser zu machen und zeigen, dass wir auch etwas können auf die Gastro-Szene in der Schweiz.